Eine Reise nach Phuket in Thailand. Auto seltsam kennt sie. Die Nacht bricht an. Nach zwölf Stunden Flug bewundern die Neuankömmlinge im Hotel mit einem Kaktel in der Hand die A-unbekanntes Zeichen-Kitektur und den wunderschönen Ausblick zu beiden Seiten eines großen Wasserbe-unbekanntes Zeichen. K-Gens lodern Flammen in Schalen und Spie-unbekanntes Zeichen gellen sich im Überlaufpool. Die Luft ist warm. Im Hintergrund erahnt man die Inseln im nächtlichen Dunkel. Willkommen auf der lieblichen Insel Phuket. Willkommen in einem der neuen Luxushotels der Perle Thailands. Hier hat man lediglich die Qual der Wall. Es gibt dutzende Sol-unbekanntes Zeichen-Tier-Luxusanlagen. Beim Blättern durch die Prospekte der Reiseveranstalter schwirrt einem der Kopf. Die Traumreise beginnt. Schon bei der Vorbereitung des Urlaubs in diesem Teil Thailands. Zwei Fragen tauchen sofort auf, warum Phuket und welches Hotel? Die Antwort auf die erste Frage ist einfach. Phuket ist berühmt für seine Strähnen-Unbekanntes Zeichende und seine Ferienorte, zum Beispiel nach einer Rundreise, und bietet noch einmal die Gelegenheit, mit die schönsten Landschaft-Unbekanntes Zeichen-Tier-Tierlands zu genießen, wie die Bucht von Fankengau und die Fifi-Inseln. Die End-Unbekanntes Zeichen-Wort auf die zweite Frage fällt angesichts der immensen Auswahl an Hotels schon schwer unbekanntes Zeichen-Reher. Viele der erlesenen Angebote können es an Schönheit durchaus mit ihrer Umgebung aufnehmen. Zu einem Urlaub auf Phuket gehören Faulenzen und Wellness, Spa und Thalasso, gutes Essen und Sonne. Dazu ein paar grandiose Ausflüge wie eine Bootsfahrt in der Bucht von Frankengau, ein Besuch der Stadtpatong mit ihren Märkten, ihren Einkaufsmöglichkeiten, ihrer Party-Stimmung-Circumflex und ihrem Nachtleben, die Entdeckung des Kaufrater-EO-Nationalparks. Zwischen Himmel und Wasser Was oft vergessen wird, Phuket ist die größte Insel Thailands. Sie ist in der Länge von Nord nach Süd 48 Kilometer, in der Breite gut 20 Kilometer und hat damit eine Gesamtfläche von 580 Quadratkilometern. Sie liegt in der Angdammernensee und ist über dieser Rasenbrücke mit dem Festland verbunden. Phuket ist gebirgig, das Inselinnere stark bewaldet. Die schönsten Sandstrände liegen an der West- und Südküste. Der südunbekanntes Zeichen lixste Punkt der Insel ist Leimpromthep, das für seine unvergesslichen Sonnenuntergänge berühmt ist. Phuket ist zugleich auch der Name der Inselhauptstadt. Sie wurde vor über einem Jahrhundert von malayischen Seefahrern und chinesischen Kaufleuten gegründet. Schnellen Wohlstand erreichte die Stadt durch den Zinnabbau, dessen Überreste noch hier und da zu sehen sind. Später entwickelte sich die kleine Stadt gemächlich weiter. Zu ihren Sehenswürdigkeiten zählen einige alte sinoportugiesische Bauwerke, chinesische und thailändische Tempel sowie einige nette Märkte. Der schönste Blick über die Stadt wie unbekanntes Zeichen täht sich vom Gipfel des Ranghil aus. Bekannt unbekanntes Zeichen Ther ist eine andere Inselstadt, Pachong, mit ihrem lebhaften Treiben, ihren Geschäften, Restaurants und ihrem Nachtleben. In der Geschichte im Hintergrund. Phuket taucht in der Weltgeschichte nur am Rande auf. Zu den größeren Ereignissen zäh unbekanntes Zeichen lehnen die Angriffe der Burmesen im Jahre 1785 und die Flutwellen des Tsunami am 26. Dezember 2004. Eine erste burmesische Invasion wurde von König Tarxin zurückgedrängt. Bei den Vorbereitungen zur zweiten Invasion bekam ein englischer Kapitän der britischen Ostindien-Kompanie, der in der Gegend umherschipperte, winkt von den kriegerischen Plänen Burmas und warnte die örtlichen Behörden vor dem bevorstehenden Angriff. Als die Insel den Tod eines großen Würdenträgers betrauerte, beschlossen zwei mutige Frauen, alle Kräfte zu bündeln, und beendeten die burmesische Bela Gerang, die einen Monat gedauert hatte. An die Frauen erinnert ein bescheidenes Denkmal. Über den Tsunami wird zwar wenig gesprochen, die Erinnerung daran ist jedoch allgegenwärtig. Es gibt eine unprätentiöse, ergreifende Gedenksäu unbekanntes Zeichen lehnen. Und alle Bewohner Fouquetts sind froh, dass die Touristen nach und nach zurückkehren. Strände und Badeparadiese. Es heißt, die Strände von Fouquet zählen zu den schönsten der Welt. Das glaubt man sofort, wenn man einige der 15 Strände der Insel B unbekanntes Zeichen sucht, die fast alle an der West- oder Südküste gelegen sind. Ganz zu schweigen von den kleinen, exklusiven Paradiesen, die sich auf den umliegenden Inseln verstecken und zum Baden und Faulenzen auf dem heißen goldenen Strand einladen. Wie der Privatstrand auf Bon Island, der zum Hotel Evason gehört und für dessen Gäste mit der Piroge erreichbar ist. Dort genießen sie ein paar Stunden mit Massage, einem oder mehreren Kaktels, eine Abkühlung im Meer und einem Barbecue in der Sonne. Jeder Strand von Fouquet hat seinen eigenen Charakter und Charme. An manchen herrschen. Je nach Jahreszeiten und Gezeiten jedoch ziemlich starke Strömungen. Der im Nord unbekanntes Zeichen Westen gelegene Strand von Maikau ist neben dem Nayang Beach mit fast 10 Kilometer Länge einer der ausgedehntesten Strände mit weißem Sand. Bei Abe ist er jedoch etwas schlammig und hat eine gefährliches drühe unbekanntes Zeichen Mung. Von Oktober bis Februar kommen die riesigen Meeresschildkröten zur Eiablage hierher. Beim thailändischen Neujahrsfest Songkran im April werden die Schildkröten dann in die Freiheit entlassen. Unweit des Trends von Nayang befindet sich das Hatte. Indigo Peal Dieser heimelige Strand mit seinen vielen guten kleinen Restaurants und belebten Bars lädt einheimische Vitoris unbekanntes Zeichenthin zum Entspannen ein. Der Ort eignet sich auch zum Baden und Schnurkehlen. Das Indie unbekanntes Zeichen Go Peal wurde 2005 eingeweiht. Sein Design im modernen Industriekick kombiniert zeitgenössische Kunst mit Elementen des in unbekanntes Zeichen industriellen Erbes der Insel, hauptsächlich Zinn. Drei Kilometer weiter südlich, direkt am Strand gelegen, besticht das Arachmas Resort Entspur durch seinen erstklassigen Service, seinen fantastischen Pool und sein Kulina unbekanntes zeichenrisches Angebot. Der von einem Pininwald gesäumte Sand unbekanntes Zeichenstrand von Bangtau erstreckt sich in einem sanften Bogen über 8 Kilometer. Pansi Beach ist kleiner, ruhig und hat einen zauberhaften Charme. Die Strände von Surin, Leemsezing und Kamala reihen sich aneinander und Eik unbekanntes Zeichen nähen sich hauptsächlich für Sonnenanbieter, denn die gefährlichen Strömungen laden nicht gerade zum Baden ein. Unweit des Trends von Surin liegt das wunderbare Leem unbekanntes Zeichen Xos Hotel Twin Pams. Seine prachtvollen Ziem unbekanntes Zeichen Meer gehen auf den rundum angelegten Swimmingpool hinaus. Abends gibt es nichts Schöneres als einen Cocktail oder ein Abend unbekanntes Zeichen Essen vom Puffet des Hoteleigenen Strandricks unbekanntes Zeichen Taurants. An der Ostküste liegt als einer der wenigen Strände auf dieser Seite im Süden von Phuket der verträumte Ravai Beach, der fast nur bei Einheimischen bekannt ist, die ihn am Wochenende besuchen. Das Evason-Fu unbekanntes Zeichen Ket Six Senses Spar befindet sich zwischen Ravai Beach und dem Hafen von Kalong. Dieses außergewöhnliche Fünf-Sterne-Hotel mit seiner ausgeprägten Szen-Architektur bietet fünf Restaurants und einen Wellen-Ess-Bereich Six Senses, der zu den Besten der Insel G unbekanntes Zeichen hört. Die Stadt Pardong ist nur 25 Taximinuten entfernt, und das noch näher gelegene Fuket Town eignet sich bestens für einen kleinen Einkaufsbummel oder einen Besuch auf sei unbekanntes Zeichen neben Nachtmarkt. Strandkultur Entlang der großen oder kleinen Strände finn unbekanntes Zeichen dient man an der Straße oft zahlreiche fair unbekanntes Zeichen Kaufstände, Bars und Restaurants. Hotels verfügen an den Sandstränden oft über Eige. Nähabschnitte mit Sonnenschirmen und liehunbekanntes Zeichen gehen, aber auch Terrassen und Lounges, wo man sich zum Sonnenuntergang einen Aperitif genehmigt, bevor man im Strandrestaurant zu Abend ist. Von morgens bis abends Versor unbekannt